Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Wir müssen uns anmelden, um die Piraten zu erledigen. Keine Angst, ich gewinne das Teil für dich. Du bist also auf der Abschussliste des Imperators? Ganz oben? Jede Wette. Ich hoffe, Dr. Nefarius macht keinen Ärger. Aber wie wir ihn kennen, bezweifle ich das.